Musik Eingebettet in die Romantik geschichtsträchtiger Fachwerkhäuser und mitten im malerischen Stadtkern von Alt-Eltingen, heute zu Leonberg gehörend, erwartet Sie schwäbische Gastfreundschaft mit Tradition. Bereits seit über 100 Jahren heißen wir, die Familie Eis und unser Team, unsere Gäste herzlich willkommen im Hotel Hirsch. Musik Ob in unserer historischen Weinstube, dem gemütlichen Weinkeller oder in den Sommermonaten in der romantischen Weinlaube. Unsere Küche genießt einen besonders guten Ruf und serviert schwäbische Spezialitäten in geschmackvoller Kombination mit erlesenen Weinen. Neben Landhausstil sowie Galerie und Standard erwartet Sie in unseren Luisen- und Engelbergzimmern ein elegantes Ambiente der besonderen Art. Moderne Möbel, frische Farben sowie exklusive Bäder, TV- und WLAN-Internetanschluss sorgen für Behaglichkeit und Wohnkomfort auf höchstem Niveau. Musik Gerne setzen wir unsere lichtdurchfluteten Räume festlich in Szene, um ihre Hochzeits-, Familien- oder Firmenfeier zu einem besonderen und unvergesslichen Event zu machen. Auch für Seminare und Konferenzen sind wir bestens vorbereitet und unser Luisengarten lädt ein zur Tagungspause, Sektempfang, Kaffee und Kuchen oder zu Kindergeburtstagen. Genießen, übernachten, feiern oder tagen. Wir geben unser Bestes, damit auch Sie sich bei uns zu Hause fühlen. Zu Hause im Hotel Hirsch in Leonberg. Musik Musik